Das hat die eigentlich jeder von uns schaffen, dachte ich mir. Eigentlich ehrlich gesagt. Oh, da kommt die Rocket. Oh, trifft er noch das? Ja, oh mein Gott. Er trifft den Tower nicht! Er trifft den Tower nicht! Ey, doch, hat er doch. Hat er doch. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Hä? Hat er den Tum nicht getroffen? Bin ich gar doof? Nein! Hä? Alter, das ist gekauft! Okay, Alter ist trotzdem verloren.